Im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie einfach es ist, sich anhand von einer Bilddatei eine Skizze und eine Fräsdatei mit Estelcam zu erstellen. Dazu habe ich hier schon mal Fusion 360 geöffnet und als ersten Schritt speichern wir die Datei, sodass Fusion 360 die Datei automatisch immer speichern kann. Als nächstes eröffne ich eine neue Skizze und wähle die Skizzenebene aus. Dann ziehe ich mir hier eine Linie mit 100 mm Länge. Sobald man auch anfängt die Linie zu ziehen, kann man auch das Maß selbst eingeben. Als nächstes brauchen wir noch ein Bild. Dazu habe ich hier die Messuhr, an die ich einfach einen Gliedermaßstab kurz dran halte und ein Bild davon aufnehme. Das Bild wird dann über die Einfügen-Option in Estelcam als Ansichtsbereich geöffnet. Und wie du hier sehen kannst, kannst du über den Button über meinen PC noch andere Ordne öffnen, je nachdem wo du die Datei selbst gespeichert hast. Dann wählst du hier deine Skizzenebene aus, auf der du den Ansichtsbereich öffnen möchtest. Wie du sehen kannst, muss ich bei mir die Datei erst noch um 90 Grad drehen. Die Datei ziehe ich noch etwas runter und richte sie anhand der Linie, die ich zuvor gezogen habe, aus, sodass die Linie, die ich zuvor gezogen habe, mit dem Maß auf dem Gliedermaßstab übereinstimmt. Als nächstes zoome ich etwas näher an den Ansichtsbereich dran und erstelle mir schon mal drei Linien. Dann als nächsten Schritt nehmen wir die Spline-Funktion, mit der ich hier den Außendurchmesser der Messuhr langfahre. Wie man hier sehen kann, das passt nicht zu 100%, aber da ich das später als Schaumstoffeinlage ausfräsen möchte, ist es hier nicht ganz so schlimm. Wenn du das selbst später etwas größer oder etwas kleiner brauchst, kannst du das über die Versatzfunktion immer noch ändern. Dann hier wieder eine einfache Linien-Funktion. Damit zeichne ich mir den unteren Teil der Messuhr nach. Das ist hier alles sehr einfach gehalten, da ich mir am Anfang auch sehr schwer getan habe, überhaupt mit Fusion 360 zurechtzukommen. Natürlich könnte man das Ganze hier alles noch komplizierter machen und noch genauer machen, aber da es nur für eine Werkzeugeinlage ist, reicht es vollkommen aus. Dann noch den Rest der Messuhr wieder mit der Spline-Funktion. Über die Punkte, die man hier gesetzt hat, kann man das später hinaus auch noch etwas verschieben bzw. korrigieren. Dann Dann ist die Skizze soweit auch schon fertig. Ich blende mal hier den Ansichtsbereich aus. Also es ist sehr einfach, sich hier mal eine Skizze erstellen zu können. Wenn dir das so zum Beispiel ausreichen wird und du das alles auf der gleichen Höhe ausfräsen möchtest, dann würde die Datei so ausreichen. Oder aber wenn du sagst, nee, außenrum brauche ich ein bisschen mehr Spiel, damit ich das Werkzeug auch besser rein- oder rausnehmen kann, dann kannst du hier über die Versatzfunktion, wie vorhin erklärt, die komplette Form nochmal vergrößern bzw. verkleinern, so wie du das eben haben möchtest. In dem Beispiel hier möchte ich die Messuhr etwas genauer ausschneiden. In dem Beispiel hier möchte ich das Ganze etwas, in diesem Beispiel möchte ich das etwas genauer ausfräsen, deshalb schließe ich mir hier noch den Kreis der Messuhr, damit ich mir das später hinaus in Estelcam in drei verschiedenen Ebenen fräsen kann. Dann klicke ich noch auf Skizze fertig erstellen und das war es dann auch schon. Diese Hilfslinie, die können wir uns einfach rauslöschen und klicken dann mit einem Rechtsklick auf die Skizze. Und speichern die Datei als DXF. Und dann sind wir auch schon soweit fertig in Fusion 360. Dann öffnen wir die Datei in Estelcam. Dann bestätige ich, dass die Datei in Millimeterauflösung erstellt wurde. Ich zoome hier etwas raus, damit man es besser erkennen kann. Dann kannst du hier in der Vektor-Liste deinen Fräser auswählen. In dem Beispiel nehme ich einen 3 mm Fräser. Da die Messuhr recht klein ist, ist es hier einfacher mit einem kleineren Fräser auch die Ecken etwas besser auszufräsen. Der mittlere Bereich wird 10 mm tief ausgefräst. Ich habe jetzt hier aus Versehen die Inselfunktion angeklickt, aber da hier kein Körper innerhalb dieser Fräsbahn liegt, wird es trotzdem nur als Tasche angezeigt und auch dementsprechend als Tasche ausgefräst. Dann hier oben den Bereich der Messuhr wieder als Taschenfunktion. Hier habe ich als Frästiefe 8 mm gewählt. Und dann zum Schluss nochmal ein Ausschnitt. Auch über die manuelle Erkennung. Da ich hier dann hingehen möchte, zoome hier gleich etwas näher dran. Und gehe dann über die Kontur ein bisschen hinaus, damit ich hier später keine Reste am Übergang stehen habe. Das Ganze fräse ich hier auf 6 mm Tiefe, auch als Tasche. Das war es dann auch schon soweit mit der Einstellung in Estelcam. So könnte man das jetzt aus dem Schaumstoff oder aus dem Holz ausfräsen, je nachdem wie man es mag. Oder man speichert sich das in Estelcam, die einzelnen Sachen, die man später ausfräsen möchte. Und macht sich dann eine Schaumstoffeinlage daraus, für in die Schublade zum Beispiel. Hier zeige ich das Ganze mal in der Vorschau, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Wie du sehen kannst, fängt er hier im unteren Bereich an zu fräsen. Wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Estelcam zeigt dir dann hier auch die Fräsreinfolge an und in welchen Schritten er das Ganze bearbeitet. Ich klicke nochmal auf Schneller, da das recht lange dauert. Und wie du sehen kannst, bis es fertig ist, haben wir hier die Kontur der Messuhr nachgefräst. Da ich mir am Anfang auch sehr schwer getan habe, war die Überlegung da, dass ich das mal selbst kurz und knapp erkläre, sodass es auch wirklich jeder verstehen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du möchtest, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Bis zum nächsten Mal.